Im Internet haben wir gezielt danach eine FAS gesucht, weil wir wussten, dass das da ist und die Mädels wollten unbedingt gescheit surfen lernen. Also wir surfen jetzt am Rookie Contest und die Welle ist ziemlich cool, sie ist echt stark und wir freuen uns drauf. Ich finde es deutlich angenehmer, als wenn man ihnen beim Windsurfen zuschaut, weil es nicht gefährlich ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.